17 In 60.000 Kilometern Höhe schwebte die Chicago. Ihre Geschwindigkeit war so berechnet, dass sie über einem bestimmten Punkt der Erdoberfläche bewegungslos verhärrte. An Bord befanden sich Virgil Sams und Roderick Kinison. Das Schlachtschiff war begleitet von einer Armada kleinerer Einheiten, die zur Ortungsabwehr eingesetzt waren. Weiter unten, in den ersten Ausläufern der Atmosphäre, kreuzte eine Luxusjacht mit acht Lenz-Trägern an Bord, von denen sich zwei auf einen Beobachtungsschirm konzentrierten, auf dem ein Tragekarton zu sehen war. Hat er dennoch nicht gefunkt? fragte Roderick Kinison nervös. Hat sich ihm noch niemand genähert? Nein, erwiderte Lyman Cleveland kurz. Die Geräte zeigen nichts an. Einige Minuten später hatte die Langeweile ein Ende. Achtung! meldete sich der Venusianer Dal Nalton über seine Lenz. Das könnte interessant werden. Es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass sich ein Venusianer gerne in seinem natürlichen Element, dem Wasser, aufhält. Aber es ist vielleicht nicht ganz zufällig, dass mein Artgenosse Osman gerade jetzt den Chessoncooksee besucht. Was? Kein Zweifel, es ist Osman, in dem roten Boot mit dem gelben Segel. Sind Ortungsgeräte in dem Boot festzustellen? fragte Sams. Die wären überflüssig. Er könnte das, was er sucht, mit bloßem Auge erkennen. Vielleicht hat man den Karton auch mit, äh, Colane eingerieben. Für einen Erdbewohner bedeutet dieses Mittel nichts, aber ein Venusianer riecht das Fett bereits auf sehr große Entfernung und besonders im Wasser. Vielleicht hat er nicht einmal einen Sender dabei. Möglich, aber wir müssen trotzdem genau aufpassen. Befall Kinneson Konzentriert euch auf Osman, aber dass mir die anderen Boote ebenfalls unter Beobachtung bleiben. Das rote Boot glitt langsam über den See. Am Steuerruder saß ein gelangweilt aussehender junger Mann, dem es offensichtlich egal war, wohin das Schiff segelte. Auch Osman, der sich fast ständig im Wasser befand, schwamm scheinbar ziellos hin und her, wobei er es jedoch vermied, einem der zahlreichen anderen Boote zu nahe zu kommen. Die Lenz-Träger warteten, bis Osman bei seinem Hin und Her wie zufällig über den im Wasser liegenden Tragekarton schwamm. Sein Blick glitt gleichgültig über den unscheinbaren Gegenstand hin und nur die Kameras der Lenz-Träger erfassten, was er in Sekundenbruchteilen vollbrachte. Die Schachtel ist noch da, berichtete ein Beobachter. Aber das Paket ist verschwunden. Gut, rief Kinneson aus. Können Sie erkennen, ob er es bei sich trägt? Ich wette 10 zu 1, dass er es nicht kann, sagte Jack leise. Osman hat es verschluckt. Ich hatte eigentlich erwartet, dass er den ganzen Karton verschlingen würde. Es ist nichts zu sehen, er muss das Päckchen verschluckt haben. Vergewissern Sie sich. Kein Zweifel, Sir, er ist eben ins Boot zurückgeklettert und wir haben ihn von allen Seiten unter die Lupe genommen. Er trägt es nicht bei sich. Bestens, das heißt, dass er die Ware nicht irgendwo heimlich weitergeben will. Wir brauchen ihn also nur noch zu beschatten, was nicht sonderlich schwer sein dürfte. Die Ortungsschiffe wurden zurückgerufen und die Chicago und ihre Begleitschiffe kehrten in ihre Heimathäfen zurück. Auch die Luxusjacht schwebte davon. Dagegen wurde es im näheren und weiteren Umkreis des Sees lebendig. Zeltlager wurden plötzlich abgebrochen und zahlreiche Wanderer kamen zu dem Entschluss, dass sie genug gewandert waren. Im Gegensatz zu Rod Kinnessons Worten wurde die Beschattung nicht auf die leichte Schulter genommen. Da die Lenz-Träger ihr Ziel jetzt fast erreicht hatten, mussten sie absolut sicher gehen, dass ihnen keine Überraschung mehr das Konzept verdarb. Sams brauchte Tatsachen, die kein Gericht abweisen konnte. Aus diesem Grunde wurde der Venusianer keinen Augenblick mehr alleine gelassen. Auf dem Weg vom See zum Hotel, vom Hotel zum Taxi und während der Zugreise und des Fluges stand er unter Beobachtung. Sams Männer folgten ihm schließlich bis zu einem gewöhnlich aussehenden Geschäftshaus am Rande der New Yorker Innenstadt. Es war Abend, als er in dem Haus verschwand, das natürlich gegen Spionstrahlen jeder Art gesichert war. Bereits nach wenigen Minuten trat er wieder auf die Straße. Der Einsatz von Spionstrahlen ist zu vermeiden. Folgt ihm, lasst ihn keine Sekunde aus den Augen. Zur üblichen Zeit ist er kurz mit Spionstrahlen abzusuchen, aber auf keinen Fall eher. Wir werden uns morgen früh um das Haus dort kümmern. Als das Gebäude am Montag geöffnet wurde, waren Dutzende von Lenz-Trägern zur Stelle. Die Truppe wurde ergänzt durch einige hundert Geheimagenten. Das ist also eines ihrer Hauptquartiere, dachte Knobos, während er die Leute beobachtete, die das Gebäude in kurzen Abständen betraten und verließen. Jetzt wird mir auch klar, Dal, warum es uns bisher nicht gelungen ist, die Großverteiler ausfindig zu machen. Das Personal wird nach jedem Unternehmen ausgetauscht. Die Leute tauchen unter, verhalten sich einige Jahre still und kommen dann erneut zum Einsatz. Stimmt's? Aber jetzt haben wir sie erwischt. Ich glaube fast, dass du unsere Kräfte überschätzt, sagte Jack Kinison zweifelnd. Doch für Knobos und Dal Nalton, die sich bereits längere Zeit vergeblich mit diesem Problem beschäftigt hatten, sah die Angelegenheiten nicht so hoffnungslos aus. Sie hatten die ihnen zur Verfügung stehenden Leute gut organisiert und ihre Aufgaben abgegrenzt. Sie hatten derart viele Männer und Frauen zur Verfügung, dass die Schatten praktisch alle 15 Sekunden ausgewechselt werden konnten. Auch der misstrauischste Pirat konnte auf diese Weise keinen Verdacht schöpfen. Darüber hinaus ermöglichte die Lenz eine störungsfreie und unmittelbare Verbindung zwischen den einzelnen Abteilungen, sodass die Ablösungen reibungslos klappten. Daneben kamen winzige, aber überaus leistungsfähige Kameras und andere Geräte zum Einsatz, deren nähere Beschreibung an dieser Stelle nicht erforderlich ist. Auf diese Weise gelang es den Lenz-Trägern, die Thionid-Großverteiler aufzuspüren und ihre Geschäfte mit einzelnen Zwischenhändlern festzuhalten. Bald musste sogar Kinison zugeben, dass jetzt kaum noch etwas schiefgehen konnte. Denn je kleiner der Fisch war, für den sie sich interessierten, desto leichter wurde es ihnen gemacht. Im Verkehr zwischen den Endverteilern und Verbrauchern hatten sie nicht mehr gegen Schutzschirme und Ortungsgeräte anzukämpfen. Die Transaktionen konnten manchmal aus mehreren Kilometern Entfernung genau beobachtet und aufgezeichnet werden. Doch die Arbeit der Lenz-Träger beschränkte sich nicht nur auf diesen Teil des Verbrechens. Auch die Thionidsüchtigen wurden weiter verfolgt, sodass mit der Zeit auch einige der entsetzlichen Wirkungen des Rauschgiftes auf Zelluloid gebannt wurde. Der heimliche Verkauf, der hastige Rückzug in ein verschlossenes Zimmer, der unmenschliche Muskelkrampf und die darauf folgende Ekstase, das entsetzliche und erschütternde Erwachen oder der qualvolle Tod. Alles das wurde aufgezeichnet. Es war keine angenehme Aufgabe, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, und mehr als ein Beobachter musste von seinem Posten abgelöst werden, doch Virgil Sams brauchte Beweise. Seltsamerweise war Jack Kinison das einzige Opfer dieser langen und erfolgreichen Aktion. Ein Mann, der in der Unterwelt einigen Einfluss hatte, war aus unerfindlichen Gründen der Meinung, verfolgt zu werden. Vielleicht hatte er einen Blick auf die lange Telekamera erhascht, die der Lenz-Träger unter dem Mantel trug. Jedenfalls schickte er einen Hilferuf aus, während sich seine Leibwache gleich an die Arbeit machte. Die beiden Männer hatten es vor allem auf zwei Dinge abgesehen. Erstens wollten sie dem jungen Kinison ein Messer durch die Kehle stoßen und sich zweitens in den Besitz der Kamera setzen, um den möglicherweise gefährlichen Film zu vernichten. Doch Jack Kinison reagierte schnell. Hastig riss er die schwere Kamera aus dem Mantel und versetzte dem ersten Angreifer einen betäubenden Schlag über den Kopf. Dann unterlief er den Messerhieb des zweiten und machte den Mann mit einem gut gezielten Tritt kampfunfähig. Während Jack noch um sein Gleichgewicht rang, gingen zwei weitere Männer zum Angriff vor. Doch inzwischen war auch Mason Northrop zur Stelle. Mace war zwar nicht so schnell wie sein Freund, aber dafür größer und stärker. Wenn seine Fäuste trafen, hatten sie die Wirkung von Dampfhämmern. Natürlich hatten die beiden Lenz-Träger sofort um Hilfe gerufen, sodass die Schlacht bereits zu Ende war, ehe sie richtig begonnen hatte. In Sekundenschnelle war der Straßenzug abgeriegelt. Der junge Kinison fluchte erbittert über die Anweisung, die es ihm untersagte, bei diesem Einsatz Waffen zu tragen, und er schwor sich niemals wieder unbewaffnet aus dem Haus zu gehen. Aber er musste schließlich zugeben, dass seine Klagen unbegründet waren. Sein Vater setzte ihm geduldig auseinander, dass er bei dem Kampf lediglich eine geplatzte Lippe davongetragen hatte und dass Northrop nicht einmal ins Schwitzen gekommen war. Andererseits hätte der unüberlegte Einsatz einer Schusswaffe die ganze Aktion gefährden können und vielleicht unübersehbaren Schaden angerichtet. Damit müsste das Thionid-Problem vom Tisch sein, sagte Rod Kinison. Jetzt sind die Rechtsanwälte an der Reihe. Der Fall muss für das Verfahren vorbereitet werden. Ja und nein, erwiderte Sams nachdenklich. Wir haben zwar eine lückenlose Beweiskette geschaffen, die von den Herstellern über die Zwischenhändler bis zu den Süchtigen reicht, doch ich möchte behaupten, dass es noch Jahre dauern wird, bis wir die wirklichen Verantwortlichen vor Gericht bringen können. Wieso? Weil die Rauschgiftsparte nur ein kleiner Teil des Ganzen ist. Unsere Absicht ist es doch, ein für alle Mal aufzuräumen. Und du weißt selbst, dass Mathis nicht nur das Rauschgift-Problem umfasst, sondern auch Mord, Entführung, Erpressung, Korruption und so weiter. Darunter fällt bis zu einem gewissen Grade leider auch die Jurisdiktion. Da der Präsident, der halbe Kongress, ein Großteil der Rechtspersonen und die meisten bedeutenden Politiker und Polizeichefs dieses Staates in die Sache verwickelt sind, wird die rechtliche Seite unseres Vorgehens mehr als schwierig. Die Rechtsabteilung der Patrouille hat sich seit einigen Wochen intensiv damit befasst und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass uns eine lange Folge schwerer Prozesse bevorsteht. Es gibt keinerlei Grundsatzurteile auf diesem Gebiet. Grundsatzurteile, wenn ich das schon höre. Wir haben die Schuldigen bloßgestellt und jeder weiß das. Wir werden einfach die Gesetze ändern, damit... Das werden wir nicht, unterbrach ihn Sams heftig. Unser Ziel ist eine durch das Gesetz bestimmte Regierung und keine Tyrannei. Davon hat uns die Vergangenheit mehr als genug beherrscht. Eile ist in diesem Fall nicht wichtig, dafür aber ein korrektes Vorgehen. Kreuzzügler Sams, du bist immer noch der Alte. Also gut, halten wir uns zurück. Vielleicht sollten wir uns aber noch kurz mit den anderen anstehenden Problemen beschäftigen. Unternehmen Zwillnig ist vorbereitet. Matisse macht gute Fortschritte. Sabriska ist in Zwillnig aufgegangen. Bleibt nur Unternehmen Boscon, dessen Ergebnisse besser sein könnten. Der erste Lenz-Träger antwortete nicht sofort. Er wusste, dass es den fähigsten Männern der Patrouille nicht gelungen war, die gewünschten Informationen zu beschaffen. Sowohl auf der unteren Ebene als auch in höheren Kreisen war es nicht gelungen, Kontakte zu knüpfen und selbst George Olmsted konnte im Augenblick nichts unternehmen. Ich habe unsere Sorgen schon mit vielen Lenz-Trägern besprochen, sagte er schließlich. Niemand hat mir weiterhelfen können. Vorschläge sind ausgeblieben. Einhellig war man der Meinung, dass wir das Unternehmen Bennett weiter vorantreiben sollten, da die Bosconia über unsere militärische Stärke mindestens ebenso gut, wenn nicht besser informiert sind, als wir über die der Bosconia. Es wäre auch ein wenig leichtsinnig anzunehmen, dass sie uns für so leichtsinnig halten, keine geheime Flotte im Hinterhalt zu haben, besonders nach der Warnung, die sie uns mit dem Angriff auf den Hügel gegeben haben. Entgegnete Kinnison. Ja, was mir am meisten Sorge macht, ist der Vorsprung, den sie zu haben scheinen. Das ist kaum der Rede wert, erklärte der Admiral überzeugt. Wir sind ihnen an Produktion und Kampfkraft überlegen. Sei nicht zu optimistisch, Rod. Du kannst nicht in Frage stellen, dass die Bosconia bestens ausgerüstet und uns zumindest ebenbürtig sind. Das brauche ich nicht in Frage zu stellen, sagte Kinnison übertrieben fröhlich. Die Moral der Truppe ist das Einzige, was zählt. Zwar sind Menschen, Material und Feuerkraft ebenfalls wichtig, aber mit einer guten Moral ist bisher noch kein Krieg verloren worden und die Moral unserer Männer ist im Augenblick besser denn je. Wirklich, fragte Sams mit hochgezogenen Augenbrauen. Bestimmt, Virgil, du leidest an nervlicher Überlastung. Obwohl ich dich so oft darum gebeten habe, bist du noch nicht auf Bennet gewesen. Komm, sieh dir an, was die Patrouille dort geschaffen hat. Du wirst dich sofort besser fühlen. Außerdem bist du dort kein unbekannter Virgil. Ich bin sicher, dass sich die Männer freuen werden, wenn du kommst. Also gut, ich komme. Admiral Kinnison und Landsträger Sams begaben sich an Bord einer zweisitzigen Raumjacht und machten sich auf die Reise. Nur Landsträger konnten Bennet wieder verlassen. Für alle anderen gab es zunächst keine Rückkehr. Sie hatten sich für längere Zeit verpflichten müssen. Es gab keinerlei Post- und Funkverbindung nach draußen und sogar die Kriegsschiffe der Flotte wurden bei ihren Manövern außerhalb des abgeschirmten Sonnensystems gut abgesichert, sodass eine verräterische Kontaktaufnahme nach draußen nicht möglich war. In anderen Worten, beendete Kinnison seine Erklärung. Wir haben das Shot dicht gemacht und du kannst mir glauben, dass das keine leichte Aufgabe war. Aber wirkt sich denn diese Tatsache auf deine viel gepriesene Moral nicht negativ aus? Keine Sorge, wir haben eine ebenso einfache wie geniale Lösung gefunden. Du wirst überrascht sein, wenn wir landen. Virgil Sams verstand schnell, was sein Freund gemeint hatte, denn als die Raumjacht zur Landung ansetzte, erblickte er auf einigen Wolken eine Kette von Symbolen, mit denen ganz Bennet förmlich überschwemmt war. Überall tauchten die schreiend bunten Zeichen auf, nicht nur auf Wolken, sondern auch auf den Außenhüllen von Raumschiffen, an Ballons, Bodenfahrzeugen, Häuserwänden, Dächern und sogar als Muster auf den großzügig angelegten Blumenbeeten vor dem Raumflughafen. 20. Harris Das ist ein Datum aus dem Kalender von Bennet. Sollte dieses Datum zufällig mit dem 14. November unserer Zeitrechnung übereinstimmen? Du bist ein kluges Bürschchen, lachte Kinnerson. Ich hatte nicht geglaubt, dass du die Lösung so schnell finden würdest. Ja, es ist der Wahltag. Ich verstehe, die Leute wissen also, was auf der Erde geschieht. Das Wichtigste wird ihnen nicht vorenthalten. Sie wissen, wofür sie kämpfen und wie wichtig unser Kampf ist. Der Tag heißt bei den Jungen Befreiungstag. Und darauf arbeitet der ganze Planet hin. Ich war zunächst etwas besorgt wegen der Geheimhaltungsvorschriften. Doch wenn das Abschirmsystem funktioniert, kommt es nicht darauf an, wie viele Leute Bescheid wissen. Und wenn es mit unserer Geheimhaltung nicht klappt, wären wir ohnehin verloren. Jedenfalls hat das Projekt die beabsichtigte Wirkung. Ich bin jedes Mal selbst begeistert, wenn ich hierher komme. Eine brillante Idee. Bennet war in Masse, Atmosphäre und Klima ein sehr erdähnlicher Planet. Seine Bewohner waren physisch und geistig als Menschen einzustufen. Eine ausgedehnte Besichtigungstour machte den ersten Landsträger mit einer Welt bekannt, die in einem Begeisterungstaumel lebte, wie ihn die Erde seit den Tagen der Kreuzzüge nicht mehr erlebt hatte. Die Psychologen der Patrouille hatten hier ausgezeichnete Arbeit geleistet. Die Bewohner Bennets wussten, dass sie das Waffenarsenal und den geheimen Flottenstützpunkt der Patrouille bildeten. Und sie waren stolz darauf. In den unzähligen Fabriken und auf den Farmen wurde mit Hochdruck gearbeitet. Bennet war bereits von hunderten Raumhäfen bedeckt, doch jeden Tag kamen neue hinzu. Die Zahl der startbereiten Schiffe wuchsen von Stunde zu Stunde. Es war eine Ehre, am Bau dieser Flotteneinheit beteiligt zu sein und es war eine noch größere Ehre, zu einer der Besatzungen zu gehören. Laufend wurden neue Mannschaften ausgebildet. Sams brauchte nicht zu fragen, woher all die jungen Menschen kamen. Er wusste es. Sie stammten von allen Planeten des zivilisierten Universums, aufmerksam gemacht durch vorsichtig abgefasste Annoncen, die eine interessante und gut bezahlte Arbeit an neuen und streng geheimen Projekten auf weit entfernten Planeten anbot. Täglich erschienen auf der Erde hunderte solcher Anzeigen, die nicht nur von der Patrouille, sondern auch von der Urangesellschaft und anderen Handelsfirmen veröffentlicht wurde. Die Landsträger waren den anderen Annoncen natürlich nachgegangen. Vielleicht führte eine von ihnen auf den geheimnisvollen Planeten Bosconia. Wie er jetzt allgemein genannt wurde. Doch die eingeschleusten Landsträger hatten bald feststellen müssen, dass es sich um normale Arbeiten handelte. Der Schluss lag also nah, dass sich Bosconia auf unbekannten Welten mit Menschenmaterial versorgte. Andererseits bewarben sich nicht wenige Bosconia um eine Stelle auf Bennet, wurden jedoch von den Landsträgern, die die letzte Kontrolle vornahmen, stets abgewiesen. Man hatte die Ankunft Sams auf Bennet bekannt gegeben und Kinnissons Behauptung, der erste Landsträger würde sich auf diesem Planeten nicht als unbekannter fühlen, erwies sich als stark untertrieben. Wo er auch auftauchte, war er von einer begeisterten Menschenmenge umgeben, die bei seinem Anblick in den Ruf Befreiungstag ausbrach. Er musste zahlreiche Ansprachen halten und nur ungern ließ man ihn wieder gehen. Nun, mein skeptischer und pessimistischer Freund, habe ich gelogen? Fragte Kinnissons, als sie die Rückreise angetreten hatten. Sind wir stärker oder nicht? Sams lächelte. Wir werden sehen, aber Bennet hat mir Hoffnung gemacht.